Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen kleinen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Ein aufdringlicher Mitarbeiter mag Ihnen wie eine Bedrohung erscheinen, aber bei näherer Betrachtung werden Sie feststellen, dass Sie gemeinsam mit dieser Person eine ganze Menge erreichen können. Es gibt keinen Grund, andere als Feinde zu betrachten, wenn Sie in Wirklichkeit Verbündete sind. Gesundheit Es ist ein wunderbares Gefühl, sein Bestes geben zu wollen, nur müssen Sie vielleicht auch lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Sie neigen dazu, sich selbst stark unter Druck zu setzen, um erfolgreich zu sein und besser als der Durchschnitt zu sein. Mit Ihrer ungestümen Persönlichkeit können Sie zahlreiche Situationen ohne große Anstrengung meistern, aber manchmal geht es einfach nicht um Sie, und das müssen Sie erkennen können. Losgelöstheit ist etwas, das viele Kampfsportarten lehren, ziehen Sie eine solche Aktivität in Betracht. Liebe Die aktuellen Planetenenergien könnten Sie dazu verleiten, einem geliebten Menschen ein paar Notlügen zu erzählen, um eine sehr peinliche Wahrheit zu vertuschen. Das mag zwar eine Zeit lang funktionieren, aber derjenige wird merken, dass etwas nicht stimmt, solange Sie versuchen, den Schein zu wahren. Es wäre besser, ehrlich zu sein, auch wenn das eine Zeit lang Unbehagen verursacht. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Lächeln Sie öfter Jedes Mal, wenn Sie lächeln, schüttet Ihr Gehirn Serotonin, das Glückshormon, aus. Lächeln ist der natürliche Weg, um sich zu zwingen, glücklich zu sein. Viele Menschen lächeln sogar morgens fünf Minuten lang, um sich in eine gute Stimmung für den Tag zu versetzen. Es ist ein sehr wirkungsvolles Mittel, das immer weniger genutzt wird, je älter wir werden und je mehr wir Glück brauchen. Denken Sie einfach daran, dass Glück zwar zu einem Lächeln führt, aber auch ein Lächeln zu Glück führt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!